Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde. Eigentlich wollte ich in den zwei Raids vor dem Vibe nur mit der Pistol als Kanonenfutter mitlaufen, damit Diablo den Part 4 für die Questreihe The Terror Group Trail schnell fertig bekommt und so aufschließen kann, um bis zum Vibe auch alles fertig zu bekommen. Dass daraus dann irgendwie Raids a la Pistol to Hero draus wurden, war nicht geplant, aber schaut euch einfach dazu die Raids an. Ich bin's wie immer euer Gunshot, danke euch fürs zuschauen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich glaube. Würdest du es sagen, ja. Scheiße, das ist direkt hinter uns. Möchtest du hier dann? Oh oh ne, wir sind ein bisschen zu früh. Scheiße. Es ist zu offen das Feld. Alter! Was? Hast du grad ne Waffe weggeschmissen? Nein. Also entweder looted hier schon einer. Alter. Hier ist ein Toter. Spieler? Ne. Big Pipe oder irgendwer das ist. Ja, der hatte Grenade Launcher und so dabei. Ich sitz außen direkt um der Ecke. Außen direkt um der Ecke? Ja, ja, ja. Gegenüber von dir. Ich geh jetzt an die andere Wand ran. Bin da in der Wand. Du bist bei mir, ne? Ah, hier ist... Ach, das bist du. Sorry, sorry, sorry. Ich dachte, du bist noch drüben auf der Wand. Habe ich dich schlimm erwischt? Ist mir egal. Wir sind schon alle tot. Schon wieder. Kann nicht sein, ey. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, oder? I don't know. Könnt ihr mir doch hier nicht erzählen, ey. Hä? Was? Falsche Munition geladen. Falsche Amor mitgenommen. M62. Ja, nee, ist klar. Hast du jetzt die falschen Macs, oder was? Nee, nee, nee. Plus eins. Da scheint noch wer zu leben, da drüben. Naja. Wie können die die... ...so schnell alle wegholen? Ich renne mal hinten zum Häuschen. Da steht noch wer, glaube ich. Jo. Hier beim Haus. Fuck. Bei dem kleinen Holzhäuschen. Ganz vorne. Ja, da bin ich jetzt. Nicht da lang rennen. Nicht da lang. Warum nicht? Komm innen lang. Weil ich den von innen gesehen habe hier. Siehst du mich? Ich bin hier links. Ja, ja, ja. Der ist da gerade rechts gerannt ans Häuschen. Da, da, da ist er. Da ist Sanitar links. Hast du ihn? Weiß ich nicht. Warte, ich renne zu ihm hin. Nein, du hast ihn noch nicht. Er ist hier vor mir. Hier ist er. Hallo. Ich hab auf ihm draufgehalten und er ist nicht umgefallen und hat mir... Ach Gott, das ist ein Wildsucker. Ich dachte, weil er sich hingeschmissen hat, aber mich hat... Ne, das war nicht Sanitar. Das war ein anderer Spieler. Ja. Na klar. Mit TCWSP gibt der mir direkt, ne? Geh ruhig. Ja. MARCS Hä, warum Ammotype? Ach, bin ich bescheuert. Was egal. Hauptsache er hat BP. Okay. Mit Level 8. Ach, die haben auch schon eingetötet. Was mache ich denn hier? Okay. 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 wo warst du oben auf dieser straße ein bisschen stücken hinter mir dass wenn ich erschossen werde du reagieren kannst auf den der schießt der dreht sich genüsslich rum und kippt mir hat alles komm ich mach aus bringt nix ja Oh, shit. Irgendeiner hat da gerade zwei Spieler weggemetzelt links von mir. Ah, da ist Big Pipe oder so. Ja, Big Pipe. Ja, Big Pipe oder so. Ja, Big Pipe oder so. Ja, Big Pipe oder so. Von wem wurde der getötet? Ja, von Dings. Big Pipe oder so. Ja, so ziemlich sicher. Sein Buddy müsste auch hier vorne irgendwo liegen. Keine Ahnung. Zwei Leute sind auf jeden Fall hier gestorben, aber das dann geht mich jetzt relativ wenig. Wie gesagt, lass mich doch da reinrennen. Gucke, was passiert. Du brauchst ja gar nicht mit kämpfen direkt. Hast ja gesehen, was es mir gebracht hat. Ich hab kurz abgewartet da und am Ende ist es easy peasy. Also, war jetzt auch ganz viel Glück dabei, aber das war schon wieder von Pistol to Hero. Ganz geil erzählen, die Scheiße. Also, war ich ja. Bin nein, bin nein. ine. Bin nein, bin nein. Ich blopper. Bin nein. Bin nein. Bin nein. Bin ja. Bin einfach. Bin ich bin sein. Bin nein. Bin bin. Bin. Bin sprü. Vielen Dank.